Ein heißes Duell wird es Inside geben, kein Zweifel. Dragan Sekovic gegen Thilo Klette. Beide können an guten Tagen ein Spiel alleine entscheiden, mit vielen Punkten, aber auch am Rebound. Natürlich hat der 30-jährige Deutsche mehr Erfahrung, aber der junge Montenegriner hält mit seiner Treffsicherheit von Downtown dagegen. Auch Sekovic war in dieser Saison schon einmal Premiere Player of the Game. Nach wie vor 3 zu 3. Fabrizio Vai. Es ist doch hohe Nervosität auf beiden Seiten feststellbar. Nicht nur gute Defense ist der Grund für dieses niedrige Score, aber Dragan Sekovic. Besser gesagt, wunderbar interveniert von Ricky Moore. Aber die Welser sind den Ball schon wieder los. Schönes Zusammenspiel, Sekovic. Sekovic für 3 und er trifft schon wieder. Bei unseren Montagabend-Live-Spielen zu sehen war zunächst auch in Oberwart. Benedanek auf Sekovic, der aber mit dem vorübergehenden Ball verlust. Und dann die beiden ersten Punkte in Viertel Nummer 3. Plus 12 wieder, Lions. Andrew Strait. Archibald. Kette über Sekovic hinweg. Wunderbarer Hoodshot. Wir halten wieder bei einer Differenz von 10 Punkten. Steven Mitchell, der hat uns wirklich viel Freude gemacht. Genauso wie dieser Mann, Dragan Sekovic. John Dickelman hat es gesagt, wir müssen die beiden unter Kontrolle bringen, sonst wird das nichts. Aber das ist leicht gesagt und schwierig zu bewerkstelligen, vor allem wenn Sekovic noch dazu hier auf- und davonläuft, nach einem Steal und noch dazu so abschlitzt. Was tun mit dem 21-jährigen Montenegriner? Allegriner, was tun? Sekovic, schon wieder für drei. Ja, der ist on fire. Dragan Sekovic, der dritte Dreier, den er versenkt. Was ist denn mit dem heute? Eine Aktion mit Sendenheitswert. David Geisler, Sekovic. 26 Punkte hat er schon gescored, unglaublich. Aber Mitchell noch mehr. Aber jetzt heißt es 28, strukturierter und effizienter. Schon wieder Sekovic für drei. Das ist ja unglaublich. Der WBC hat plus sieben, Dreiskirchen. Mitchell, von dem war noch nicht allzu viel zu sehen seit der Pause. Aber er ist wieder da. Dragan Sekovic. Kann der übte WBC. Eineinhalb Minuten vor Ende des dritten Abschnitts. Sekovic. Was für eine Wurfbewegung. Nicht unbedingt die hohe Basketballschule. Aber völlig wurscht. Das funktioniert. Sechs Mal von Downtown hat er es probiert. Sechs Mal hat es funktioniert. Dragan Sekovic. Unbelievable.